Hi, ich bin Erik von Smarketer und ich zeige dir heute 5 Gründe, warum sich Videomarketing auf YouTube für dich lohnt. Nummer 1. YouTube ist die größte Videoplattform und die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Jeden Tag suchen Millionen Menschen auf YouTube nach Videos und Informationen. Beliebt ist die Plattform nicht nur zu Unterhaltungszwecken, sondern auch für die Suche nach Tutorials, Anleitungen und Wissenswerten. Nutze den Traffic und hole deine Zielgruppe an der passenden Stelle mit deinen YouTube-Ads ab. Nummer 2. Videos sind emotional. Bewegte Bilder sorgen für Aufmerksamkeit und sprechen uns visuell und emotional besonders gut an. Weil der Seh- und Hörsinn gleichzeitig angesprochen werden, prägen sich die Inhalte von Videos viel besser ein. Nutze diesen Effekt, um deine Werbebotschaft bei deinen potenziellen Kunden tief zu verankern. Nummer 3. Videos binden Kunden und steigern die Kaufbereitschaft. Verschiedene Studien belegen, durch Videos können die Verkaufszahlen nachweislich steigen, sogar bis zu 85%. Wenn deine Kunden vorher ein Video von deinem Produkt oder deinen Dienstleistungen sehen, fühlen sie sich deutlich besser informiert und sicherer bei ihrer Kaufentscheidung. Nummer 4. Videos sind die Zukunft. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit damit, Videos anzuschauen. Während die TV-Sehdauer immer mehr abnimmt, sind Streaming-Inhalte immer gefragter. Es wird prognostiziert, dass Videos in den nächsten Jahren sogar bis zu 80% des gesamten Internet-Traffics ausmachen werden. Nummer 5. Videos sind längst nicht mehr nur für junge Menschen. Auch wenn YouTube als Plattform für jüngere Menschen gestartet ist, sind längst alle Alterszielgruppen dort vertreten. YouTube holt durch die Themenvielfalt der Videos Menschen mit verschiedenen Interessen ab. Also ist auch deine Zielgruppe dort unterwegs. Wenn du mehr wissen willst, dann lad dir unser kostenloses YouTube-E-Book herunter. Dort findest du alle Infos, um erfolgreich auf YouTube zu werden.